Herzlich Willkommen Leute zu einer weiteren Runde Trackmania Turbo. Neue Woche, neues Glück mit dabei. Shigo, Grants, Kunva, McFly, Nils, Sachse, Liquid und Vex. Hallo. Moin. Quack, Quack. Servus. Heute Vollhaus und wie gesagt neue Session, weil sich viele Leute ja beschwert haben, warum wir halt immer noch so schlecht sind. Die haben ja nicht gecheckt, dass es immer noch Release-Day war. Hä, ich habe seitdem nicht gespielt. Also ich bin doch genauso schlecht wie im letzten Video. Ja, aber du hast ja in den Videos ja, finde ich, dazu gelernt. Welchen Zerber sind die? Der 32er von mir war irgendein. Guck mal, hier die Pros vorne weg haben. Ich hab das hier schon wieder verstrecken. Die im Stream-Film. Ich wollte gerade sagen, die Leute, die ja schon gespielt haben, ich hab das Spiel seit gestern Abend. Wie konnte da nur vor mir sein, wo ich doch so eindeutig vorher im Ziel war? Hä, warst du gar nicht? Bei mir sind nur zwei Leute vor mir. Ich hab hier gefahren. Bei mir auch. Also wie ist der erste Platz, würd ich sagen? Ich kann mich an, dann kann ich nachconnecten. Dann musst du in der Liste suchen. Ich kann dich annehmen, weil ich mit Controller spiel. Okay. Tja. Perfekt. Komm mal ne Zeit. Ein 32er ist das, oder? Ja, aber steht auch mein Name. Steht auch da, Luca. Oh. Könnte das bedeuten. Halt! Ihr fahrt zu schnell! Man, irgendeiner muss ja dann schon auf dem Server connected sein, weil es sind grad neun Leute schon drauf. Nein! Potter ist noch drauf. Potter! 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 Ich hab grad Potter verstanden. Potter! Harry Potter! Jetzt kommt Potter! Angst, Potter! Alter, was ist das für ne schwere Strecke? Hä? Das ist gar nicht so schwer eigentlich. Das hab ich geschafft gerade. Die Einfachste von eins an der Sachse. Und der ist grad Sechster, Siebter. Jaja. Weil ich gekröcht bin. Ich bin grad ein Loch runtergefallen, verdammt. Das passiert auch im Westen. Einfachste von eins. Ich hab keinen Einfall. Du fährst rechts. Siehst du das? Ja, damit man die Kurve danach besser nimmt. Ach. Ach, Kurven. Geht geradeaus, ey. Wecks! Genieße deinen ersten... Nein! Aber warten jetzt! Nee, nee, nee. Da war ich gleich schneller. Nee, 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 nee. Vierter! Oh, Quint! Haha! Da war ich noch ein paar tausend Stück schneller, wie das aussieht. Ich bin froh, dass ich ins Ziel gekommen bin. Ich hab mich da einmal fast überschlagen, ey. Noch wer... Reyes Richie ist noch drauf. Ach der Richie. Der ist cool. Endlich ist er wieder dabei. Ist das Richie Rich? Verdammt. Rund dran, Alter. Was bist du für ein Rentner? Ich bin dran. Dein Auto ist nicht so schnell. Du hast noch die Upgrades gekauft. Hä? Dann hast du nicht getunt. Wir haben ja mit Tuning gemacht. Was? Was gibt das denn? Mit dem Custom Auto ist es erlaubt. Ich fahr mit dem Formel 1-Ship. Hier ist ne Wand. Der ist noch viel besser auf der Strecke. Oh, irgendjemand ist ein Tausend... Ne, ein Hundertstel hinter mir. Fahrt ihr links oder fahrt ihr rechts am Anfang? Ey, ich bin einfach nicht schwer. Und die, die gut unterwegs sind? Ja, links. Ich bin Zweiter. Nein! Aber dann kommt man doch gar nicht um die Kurve. Ich bin nicht mehr wieder für ne Belaide. Hier kommst du um die Kurve. Kommst du total gut um die Kurve. Du musst nur früh anfangen zu driften. Bevor du überhaupt in die Kurve bist. Ich drifte hier nie. Was? Das ist ein Problem. Du bist vorher. Warte, dann bist du trotzdem auf Platz 2. Driften kostet doch nur Zeit. Dann wärst du doch verlangsamt bei. Nein, du driften bist nicht langsamer. Ne, wenn du die erste sogar driftest, sogar auf zwei Rädern, bist du trotzdem schneller. Das sieht optisch für dich anders aus, aber es ist einfach so. Mann, ich krieg dieses eine Hundertstel nicht raus. Hehehe. Und du hast die ganze Woche trainiert, Alter. Ich hab mal meinen Arm ausprobieren, ich glaube. Bist du frustrierend? Was schön ist aber, man kann sich schön zurücklegen. Das würde es mir wenn jetzt sogar, dass du dich nur noch zwei Rap-Videos vorgeschlagen, weil ich das Video so oft gucke. Das ist unglaublich. Du kannst ja auch bald ein Sneaker hochkriegen machen, dann bist du wieder erfolgreich. Letzte Chance. Kunran, tschüss. Kunran, halt ihn auf! Okay. Jetzt bin ich aber wieder nur dritter beim Checkpoint. Ich krieg das wieder zurück. Nein! So ein scheiß Gastonister! Oh ja, beim zweiten Checkpoint. Erster. Bist du nicht Erster? Ja. Wo ist der zweite Checkpoint? Ihr seid punktgleich. Also ihr seid gezahlter Erster. Jetzt ähnlich? Der Zweiter? Oh! Ihr seid beide Einwächse bis Vierter! Nein, da ist das Loch! Aber ich habe komplett jetzt hier dauerhaft, ich war an jedem Checkpoint Erster gerade. Ich habe dich angenommen, Schildo. Ja, nochmal Zeit verbessert. Ah, ich habe auch nochmal die Zeit verbessert. Aber nein! Oh, liegt mir du Sau, ey! Ja! Ihr habt die Zeit verbessert? Nein, das ist auch... Oh! Was? 37 und 6? Wie geht es überhaupt? Ja, einfach... Da muss man schon für fahren können. Ja, okay, ja. Das ist interessant, dass der Sachs auch 37 gefahren muss. Ja, ja. Ja, ja. Aber wie krass, dass wir gleichzeitig nochmal beide verbessert haben, ey. Ja. Aber... Wenn wir dann wieder gleich werden, wäre super, ey. Das wäre mega witzig. Beide freuen sich, ey. Also es ist mittlerweile 415 Mann. Hier wird auch schon voller, sehe ich gerade. Nice. Umso mehr, umso besser bei Trackmania. Gibt schon vorher, ja. Alter, der eine hat hier so... Das sieht aus wie so ein 7-Up-Auto. Ja. Gibt das 7-Up noch? Klar. Was heißt noch? Gibt's doch. Bei uns gibt es doch keinen 7-Up mehr. Das ist doch einfach von Pepsi die Sprite, oder nicht? Ja, genau. Ich glaube, die gibt's noch. Da war nicht mehr so... Dann gibt's doch noch Miranda, oder wie das hieß. Ne, in Deutschland hat ja Cola alles übernommen mit ihrem Markt. Hier in Dänemark ist hier Pepsi noch ganz groß. Oh, was ist das jetzt schon wieder... Äh? Direkter U-Turn. Woher kennt ihr die ganzen Strecken denn? Äh? Ich hab vorher die Map-Overview angeguckt. Okay. Hattest du nicht den Einspieler am Anfang? Hattest du nicht das Tutorial? Ich hab mich auf meinen Skill verlassen. Du warst nur auf der Übungsrunde eigentlich. Ich hab dich gar nicht gesehen. Eben, beim Weichefeigen bist du nicht mitgegangen. Das hab ich überhaupt nicht nötig. Bin ja so auch Zweiter geworden. Ich hab Ghost-Karten geschalten vom Weltmeister. Ich fahr einfach hinterher. Näh? Wer fährt denn da falsch rum? Irgendjemand fährt am Start immer rechts. Das ist doch total der Umweg. Ist doch genau dasselbe! Ich hab dir Sekunde geglaubt, Grants! Man wird ja die Leute nochmal verunsichern dürfen. Wer fährt denn da falsch rum? Wieso nehmten die alle nicht die Abkürzungen? Ja, rückwärts am Anfang. Anstatt Gas zu geben ist rückwärts. Du kommst direkt ohne Kurve. Ganz stricken musst du rückwärts fahren oder nicht? Das Ziel ist direkt hinterm Start. Ja, einfach zurück. Du fährst einmal im Kreis und kommst wieder zurück und keiner checkt das. Warte, die sind mir wieder furchtbar. Endlich sind wieder Leute in der Rangliste, die wir nicht kennen und die besser sind. Echt? 1, 2, 8. Ah, sehr schön, sehr schön. Der DaluCard YouTuber ist doch noch gekannt. Den kenn ich nicht. Wer ist das? DaluCard YT. Muss ein Faker sein. Ja. Ganz klar. Der hat nie in seinen Namen reinschreiben müssen. Hallo, hallo. Hallo. Wenn der Sachse einmal erster ist, beenden wir den Part direkt. Ne, dann beende ich das Projekt, ey. Ja. Dann verkaufe ich das Spiel. Ja, Steam Refund, ey. Oh, shit. Oh, shit. Das ist verbuggt, ey. Fake. Oh, scheiße. Pay to win. Das ist 1. Ne, halt 11. Das ist 1. Das ist 1. Kurzzeitig ist mir schon dein Herz stehen geliehen. Das ist 1. Ich hab mich sogar noch mal verbessert. Das ist doch, obwohl ich angeeckt bin. Herr McFlay, wieso driftest du denn immer überall? Du musst nur zweimal, ne, dreimal drifte ich auf der Map. Nach dem Big Jump, die Rampe hoch und dann ins Ziel. Aber am Anfang nicht. Wow. Am Anfang nicht. Hab ich auch noch mal verbessert. Aber um jeden View Turn besucht den 1. Und den Wallride da. In den Wallride driftest du aber irgendwie von der Leine hin. Ich schiffte auch direkt beim 1. Und bin eigentlich fast jedes Mal 1. am Checkpoint. Ja, aber wie gesagt. Am 1. Checkpoint 1. zu sein, sagt gar nichts. Nein. Bin ich schon. Nein. Es geht nur um vielleicht 1 Hundertstel. Ja, aber genau das ist entscheidend. Nein. Du hast viel mehr Zeit und viel mehr Gelenheit auf den Rest der Strecke liegen zu lassen. Ja, fuck. Würde ich auch sagen, wenn ich 17er bin. Ich bin ja 17er. Ich bin erst einmal ins Ziel gekommen, leider, ey. Ich jetzt zweimal, juhu. Ah, jetzt habe ich Stahl und endlich. Ja, genau, du winnest. Oh, Gott. Und wenn du am Anfang beispielsweise 0,07 schneller warst, das kann am Ende auch eine Rolle spielen. Ja, aber nicht so groß wie der Rest, den du hier beim Worldwide zum Beispiel. Da kannst du Punkte liegen lassen, wenn du da keinen guten Winkel hast. Und da rede ich nicht nur von einem Hundertstel. Da kannst du bestimmt eine zehnte Sekunde liegen lassen. Das heißt, das sagt viel mehr darüber aus als der erste Checkpoint. Eine Runde noch. Stimmt. Ich bin eh kein Drift. Äh, ich bin nur Sechster. Cool. Cool. Und an der Besten festest du dich noch mal. Mhh, blopp. Nein, noch. Oh, Gott, Grants. Willst du auch wieder nicht driften, nein. War ein guter Tipp mit dem Rückwärtsfall am Anfang. Ja, ja. Hab mich auf den dritten Platz gebracht. Ja, ja. klasse spiel leute ich wollte springen wieso habt ihr da alle so ein ding so ein komisches zeichen hinter ihrem namen weil wir höher sind das level wahrscheinlich ist level 1 gefällt mir nicht wo ist denn das auto vom sachsen ah da ich sehe mich hey ich bin das 7up auto ja du bist das 7up du fährst doch die ganze zeit ich hab mich schon gewundert warum die schottland flagge hat weil ich ein highlander bin ein highlander du bist high höchstens ja in jeder aufnahme ein highlander ey ich bin das 7up auto so eine runde später kann ich doch nicht ahnen die meint mich die nächste sieger die haben mich beleidigt aber nicht der kram die erste rampe ist alles auf der map und das war nix oh gott ich glaube ich stürze ab die regen oh scheiss da die ganzen leute die versagt haben ich lese mal die namen vor ich bin leider nach dem tunnel einfach mal angeeckt und musste komplett außen rum fahren ach komm ich fahre mal eine runde von mir muss ja mal gucken wie die map aussieht nachher das ist richtig scheiße tschüss sagst du tschüss sagst du ich bin leider nach dem tunnel einfach mal angeeckt und musste komplett außen rum fahren ach die sache wieder mit dem ausschritte ich mag diese moto ausschritte ich mag diese moto ausschritte wir sind ja auch nur 3 ins 4 gekommen das ist richtig das ist richtig immer diese hater nein ach jetzt habe ich das schild oben mitgenommen viel zu weit die haters 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 hat ist doch ein hate schild da oben ist ja ja das hatte mich ja kaputt gefascht ey ich fahr im tunnel zu weit links 20 mal angeeckt und wirst du vöre geworden nein noch jetzt sind da nur 4 Leute im ziel du pfeife nice weidungswärmungswärmungswärmungswärmungswärmungswärmungswärmungswärmungswärmungswärmungswärmungswärmungswärmung ja nach dem tunnel verkack ich grad jedes mal richtig grad ja ja ich hab auch verkackt diese zeit wird ihnen gesponsert von 7 oh bist du wirklich ja find mich oh bist du wirklich aber ich bin auch angeeckt das heißt das ist das ich wollte gerade sagen seit 34 76 ist jetzt einfach so was wir im live stream schon gemacht haben ich bin schon mal ins ziel gekommen das ist schon mal ein Erfolg für mich dem teils noch gut wächst ja dann zählt das echt gut ich bin nicht dafür dass du schon so viel gespielt hast ich bin nicht 10 von 21 ich bin das heute zum zweiten Mal Leute ich hab das Schild in der Luft getroffen und ran ihr habt das die ganze Woche gespielt oder wie ich spiel das nie ich guck nachher wie viel Spielzeit ihr habt ich hab die ganze Woche Stardew Valley gespielt wenn ich das hier gespielt hätte dann wäre ich ne hast du auch nen Highscore geknackt yes er hat die dicksten Möhren angebaut die dickste Melonen hat Nils bis sie so viel wird und dann zieh auch come on boah nett 3 Sekunden verbessern ey wer hat mich überholt hier wir haben drei Plätze gemacht war das eine ernst gemeinte Frage achso aber eigentlich will ich immer noch über die Wand drüber springen aber das ist so schwer ja das stimmt wenn man da irgendwie wüsste genau wie man das macht weil der wenn du im Tunnel ganz nach links fährst hebst du kurz ab und dann musst du direkt rechts über die Wand springen ja das geht aber das ist mehr so random dass das passiert ich hab's kaum nicht aber ich hab zu viel Speed verloren ich hatte das was ist hier dieser Rentner der da vorne im Tunnel vor mir fährt ja er hat schon überholt den Rentner aber nicht da war aber krank oh ein Zesel vor da löst oh die Wand war zu nicht obwohl ich ein Nuller bin ja sehr gut hm ich stell's einfach nach dem ersten Sprung eigentlich immer zurück ja weil der entscheidet ja schon so viel nein ich hatte shit irgendjemand hat mich noch überholt ey ich hab beide ich hab die Rampe für Felix mann achso ihr nehmt die so richtig eng ich bin einfach gar nicht gelandet ja Nils hat mich in der Rampe überholt alter nice ja weil ich die ähm so genommen habe dass ich quasi schon nach unten geneigt war während ich nur abgesprungen bin ja das hab ich jetzt auch gemacht bin erster nach der Rampe ok ehrlich und jetzt muss ich nur den Tunnel irgendwie machen ja ich hab versucht wieder den Sprung zu schaffen aber ich hab wieder gebremst und das war wieder der Fehler oh nein Richie Richie hat mich überholt fix alter nice was hast du für ne Zeit gerade 35 du hattest den Tunnel perfekt genommen ja ich weiß es aber trotzdem 11 dann beim NAAA ja aber davor wohl alles kacke aber der Tunnel war nice ja das war's du hast mich überholt ja ja ich fahr einfach mal die Rampe frontal hoch sieht auch geil aus ich kann nicht mehr die Liste nochmal anziehen ey fahr mal die Rampe einfach geradeaus hoch mit Vollspeed fahr einfach nur geradeaus weil du schaffst ja eh keine Runde mehr schaffst ja okay ja okay ja Niii Niii ich verreiß dich nicht mehr ist hier schon cool naaaas awww ich konnte ja gar nicht mehr meine Eier meine Reifen haben vollgeeiert Eier meine Eier haben vollgereift 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 das war der erste Part von Trackmania für diese Woche und schaut gerne mal in anderen vorbei allerdings findet ihr in der Videobeschreibung und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bis dann tschüss Tschüss Tschau